Let there be night! Hier ist die Mannschaftsaufstellung des deutschen Weltmeisters! Die Sitzung bei der Zeit! Hallo! Hallo! Sadio Mane ist zurück und das ist ein schreckliches Zeichen. Er schaut auf sein rechten Fuß. Das wird nicht nur für Bayern, sondern auch für Sénégal-Fans. Ich weiß nicht, was das schönste ist. Im Moment ist die Operation genau heute auf dem Tag zwei Wochen her. Das Knie wird jetzt hauptsächlich entstauend behandelt. Unauffällig von der Narbe bis jetzt. Die Fäden sind gezogen worden vor zwei Tagen und das Gelenk ist noch ein bisschen warm, noch ein bisschen geschwollen, was man sieht. Aber das gibt sich die nächsten Tage auch. Aber es geht um Beden. Ja! Du bist doch gut! Ja! Gestern war... Haben wir heute? Ja, das sieht man jetzt jeden Tag. Also gestern war es noch im OP-Gebiet geschwollen. Ja. Vor fünf Tagen war es... Und zwei Wochen sind schon... Ich kann nicht... Ich kann nur das machen. Ich kann nur das machen. Und jetzt... Ich mache das... Du machst heute nichts. Jetzt nur die Maschine arbeitet für dich. Ja! Ja! Gut, Sadio! Danke! Bitteschön! Dann... Wünschst du dir einen schönen Tag? Mir auch, Sadio! Einen schönen Tag! Was für Hilfe? Nein! Ciao! Ciao! Gute Gestern! Tschüss! 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 Die letzten sechs Wochen nach der Operation waren es ein bisschen schwierig und sehr langweilig. Immer nur Behandlung nach Hause, Behandlung nach Hause. Und dann wurde es ein bisschen besser. Besser jeden Tag. Und dann... Wir haben mit Training für den Oberkörper begonnen. Und dann... Amo! Follow us! Okay, Progress! Sie ist ein bisschen näher, 90. Ja. Ich glaube, es ist kein Problem. Kein Problem für mich. Sehr gerne. Gut, stabil. Ja. Wie immer. Wie immer. Und 15 Minuten. Okay. Okay? Ja. Stopp! Ja. Perfekt! Perfekt! Wie ist das? Das sieht gut aus. Das ist das Protokoll dafür, dass man die Umfänge misst, um zu sehen, wie schnell ist die Atrophäer Muskulatur und auch Referenzen hat zwischen rechts und links. 9 Uhr. 15. 9 Uhr. 15. Nein, 9 Uhr. 15. Nein. 9 Uhr kann, Paolo. 9 Uhr. Wir sehen uns morgen früh. Fertig, Frau Eter. Nächstes Mal. Morgen 8.30 Uhr. Nein. Du hast es geschafft. 9 Uhr. Ja, aber es ist draußen kalt. Du brauchst länger. Also, 9 Uhr 15? Oder? Nein, 9 Uhr. Nein. Ciao. 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 Positiv denken. Und positiv sein. Vor allem positive tun für andere. Das ist alles. Das ist alles. wieder trainiert auf dem Platz. Und das Gefühl war nur einfach fantastisch. Ja, das ist alles. Das ist ein tolles Gefühl. Nach einem schönen Weihnachten kommt wieder. Ein schönen Weihnachten. Ja, sehr langes Weihnachten. Aber es ist endlich. Ich kann es nicht erwarten. Ich bin wirklich gefühlt. Generell. Buna! Ich liebe dich! Ich glaube, ich brauche das nicht. Heute ist erstmal ein ganz, ganz großer Tag für ihn. Heute ist der erste Tag, wo wir draußen sind, wo er laufen darf auf dem Platz. Mit Fußballschuhen ist für ihn natürlich ein ganz großer Termin, wo er seit Tagen darauf hinfiebert. Ich bin noch ein bisschen trainiert. Für dich. Ich bin noch ein bisschen trainiert. Für dich. Bei dem Gym parallel zum Training auf dem Platz. Und dazu fehlen natürlich noch die muskulären Qualitäten. Und auch die Stabilität und die Maximalkraft. Und das dürfen wir nicht aus den Augen lassen. Wir müssen gucken, dass wir ihn da spezifisch in kleinen Schritten aufbauen, damit er eben auf dem Platz dann zu allem in der Lage ist, was er als Stürmer in seiner Position auf dem Platz braucht. Das ist sehr gut, Sadio. Sehr gut. Ja. Ich kann meinen Körper nicht adaptiert. Aber du wirst sehen, dass es morgen besser wird, für sicher. Jeden Tag fühlst du besser. Aber der erste Tag, der erste Minute ist super glücklich. Alles ist gut. Aber dann, nach ein paar Minuten fühlst du, ich bin nicht in Ordnung. Hallo, guten Morgen. Bye, Sadio. Bye. Ciao. Ciao. Hi, Matthias. Und wenn alles okay ist, dann geht es mit der Mannschaft. Ich bin gespannt. Alle sind perfekt. Hallo. 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 Ich bin der Matthi. Ja. Dann nehme ich dich einmal kurz mit. Ich bin der Junge. Dann habe ich gute Neues. Wir haben gute Neues. Wir haben gute Neues. Oh Gott. Das ist auch gut. Es sieht gut. Ja. Es ist ein sehr guter Attachment. Da ist eine gute Nachricht. Also die ganze Information ist jetzt, dass wir die Neue folgen können. Aber jetzt schauen wir uns noch einmal den Knie mal wieder. Kannst du ihn hier unten besser machen? Tension ist super und du hast keine Probleme diese Woche, oder? Ja. Einen Schmerz hier, Sadia? Und du kommst, Sadia, bitte. Super! Auch das Relief ist ziemlich gut. Das ist gut. Kommst du wieder, bitte. Sehr gut. Super, Sadia. Wir sind sehr glücklich. Eine lange Geschichte. Wir sind wirklich glücklich. Wir sind wirklich glücklich. Das war eine sehr, sehr gute Rehabilitation mit Sadia. Wir sind früher dran mit den Abschlussuntersuchungen als ursprünglich gedacht. Das liegt daran, dass er top mitgemacht hat, zu jedem Zeitpunkt vertrauensvoll war. Aber es liegt auch daran, dass die Physios, die Reha-Trainer, die Fitness-Trainer, wir Ärzte täglich dran waren, Kontrollen gemacht haben. Jeder war zu jedem Zeitpunkt informiert, was ist der nächste Schritt, den er gehen soll. Und deswegen haben wir jetzt so ein Ergebnis, was uns sehr zufrieden und glücklich macht. Ich bin glücklich. Ich bin zufrieden. Und jetzt? Hier. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja. Ich bin glücklich. Bis zum Anfang. Bis zum Anfang. Alles ist für dich. Und der Ziel ist hier. Drei Goal? Ja. Mit dem Hauptgame, drei Goal. Ja. Heute drei Tore. Das ist ein guter Punkt. Ja. Maximales Tempo. Jawohl. Super! Und runter! Und runter! Super! Gut, komm! Und komm! Speed, speed, speed! Ein, zwei Schritte! Und komm! Und nach mir! Komm! 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 Sehr, sehr gut! Komm! 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 Komm!